jetzt ist genau in der Tür gar nicht zu führen so dann kann ich die Sachen einfach mal in meine Kiste rein hier das ist hier so morgen hexische Sachen mit kaum welche gefunden in den Armstern so ich packe mal die Wolle rein Grauwolle, Braune Wolle, das das, das, das das, das einen Haufen anderen Krams aber das das war Lath, Lath, Lath was ist das denn? Quantum, das ja und jetzt sollen wir in so ein Portal reingehen oder wie oder wat Closed-Down Golden Nugget, Hörs-Buchmann-Dee Hallo ich weiß es nicht, ich bin grad noch am verpacken hier Closed-Down-Dust hatte ich in der anderen Truhe Closed-Down-Dust Gold Nugget ich bin grad hier am verpacken der ganzen Mist weil den brauch ich ja nicht mitschleppen Blumen, wo hatte ich einen Blumen, hatte ich die oben eingepackt ach, hier hab ich die ganze Wolle hier hab ich Haufen Wolle rein hey, schießt mich nicht ab, du Arsch kommt der ganze Farbstoff auch rein da klatsch ich, da gibt's mal geklatscht da gibt's mal geklatscht hier da klatsch ich, da klatsch ich so tun wir mal die Torchberries auch mit hier rein oder? fang mich, fang mich, fang mich fang mich fang mich fang mich ups, schon wie der Creeper so, dann geht's mal runter dann kommen hier die Spinnenweben rein boah, da läuft schon wieder ein Creeper rum ähm, so, und dann wär ich wieder soweit befreit meine Rucksäcke geleert, alles aufgeräumt wie es sich gehört dann bin ich soweit bereit ich erfolge die Creeper so, dann komm ich jetzt mal raus na kleiterst du die Trapper runter sehr schön gut und steh ich jetzt vor deinem Haus aber du bist nur auf den Sack hier, du Kack Creeper wo bist du? auf den Piss geht er mir hier draußen jetzt haben wir die Hirne weg so, ach, da bist du ja, ach so, was ich mal mitnehmen möchte ist, ähm, in weiser Voraussicht eine Diamantspitzhacke ja, die ich meine weg falls wir nämlich was soll man jetzt überhaupt mitnehmen? Obsidian brauchen oder finden oder so hm? hm? was sollen wir jetzt überhaupt mitnehmen? keine Ahnung einfach unsere ganz normale Ausrüstung Schwert, deine Rüstung und einen Rucksack kann ich dir noch noch geben oder hast du selber einen Rucksack? ne, nur volle ja, die müsstest leer machen wahrscheinlich mal ja, dann muss ich aber wieder neue Kisten erst machen und das würde ich lieber offline machen ok weil ich habe jetzt meine Rucksäcke in, äh, Kelle benannt und so ich nehme aus deinen Kisten paar Pfeile raus die ich noch brauche aber die brauchst du sowieso nicht ne, die habe ich gerade da rein oh, Block of Emerald Block of Iron Block of Gold Block of Diamond cool so, was haben wir denn hier? oh, wir haben einen Eisenhelm Diamond Shit oh, ich habe hier noch eine Häckselschule Essenz dran oh, sehr schön ist da auch noch 15 Pfeile? die Liefrüstung habe ich auch noch was habe ich? ich habe hier ein paar Pfeile rausgenommen jetzt kann ich fast meinen Pfeilvorrat verdoppeln 117 Pfeile was habe ich denn das? Zepter des Lebenssaugers damit kannst du irgendwie Gegnern Leben absaugen und du bekommst das Leben soweit ich weiß so, dann tun wir mal das 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 setze ich mir jetzt auf scheiß Schokopedia brauche ich nicht haben wir schon tausendmal mhm so warte ich habe noch das hier und das hier und das 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 hier hin das da hin das da hin so ich habe hier noch einen Rucksack oh und es ist in dem drin oh und nochmal noch zweimal Hexisch Hexischel Essenz oh super dann schmeißen mir im besten dass man natürlich selbst gesammelt zum anderen dann wissen wir die Filme schon nein du kriegst das nicht hey was sind das Verwandlungspulver so es kommt Schäden das 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 heißt Schokopedia tausendmal eh Diamanten das das Gold nach das dann die Hexischel Essenz rausnehmen aus deiner Kiste warte ich gebe sie dir dann Hydra Trophy wie das aussieht Hydra Trophy achso was Hydra was sucht das von Hydra jetzt gesehen links unten das Schild mit dem Schlangenkopf Achso ja wir haben hier Twilight Eichenholz das kränklicher Twilight Eichensetzling was kränklicher äh okay so das muss unbedingt noch weg das putziert auch schon 40 Diamanten lasst die das in meine hier nimm die Hexischel Essenz ja hab ich so dann haben wir hier noch einen leeren Rucksack so dann könnte man was soll ich mir noch ein noch 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 ich glaube ich mache mir noch eine Diamantspitzhacke na was oder bräuchte normales Holz normales Holz normales Holz hatte ich doch hier irgendwo gerade da so oder man hat mal so so und so und so so haben wir dann Hexisch bei einem mehr da muss schon drei da kann man schon wenn man noch einen Kriegen also noch drei solche blauen Blumen können wir schon für einen komplett zu einer Hexischel Rüstung bauen okay um ach ohr hatte Fleisch ist fertig der Fleisch die Fleisch das soll ich der Fleisch der Fleisch der Fleisch der Fleisch der Fleisch der Fleisch der zack 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 was soll eine Spitzhacke wollte ich und es braucht sich ja noch eine mitmachen ich habe alles soweit fertig ich brauch nichts mehr der Mann schaufel und eine Axt können wir noch machen mhm so dann habe ich ja nein was ich habe mich schon wieder eine Spitzhacke gemacht ne mhm so wer weiß was uns erwartet das ist eine Spitzhacke oh Gott meine Quiste ist schon wieder voll ich muss echt mal sortieren hier ja bei dir sieht man bald nicht mehr durch ich habe einigermaßen schon sortiert aber auch noch nicht perfekt mhm du hast den Thron genommen und habe sie gerade hier oben zu Leder gebrannt das heißt du könntest du auch einen neuen Rucksack herstellen ja ich habe zwei ach so ich tue da aber mal die fünf Leder die ich gebrannt habe mit in deine Lederkiste hier rein da hast du jetzt neun Leder das ist gut ähm das ist Holz hier rein Scheiß Chokopedia ey ähm das Holz tu mal hier rein mhm das Skelettschädel den stelle ich draußen irgendwo hin mhm ja das war's eigentlich okay so also jetzt muss ich ja erstmal gucken tun wir das mal da hin das mal da hin wieso reite ich jetzt auf dem Chocobo geh runter ich wollte nur da rein aber jetzt reite ich schon wieder drauf oh 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 geh runter das ist meins Aua hey du hast es geschlagen nein ich habe es nicht geschlagen hier hier jetzt gehe ich da eins ohne nein ich wollte es nur in den Stall reinschieben aber funktioniert nicht das will nicht was da rein ach so okay so ja dann können wir los los von hier aus ja in welche Richtung egal gehen wir dahinter oder ja da waren wir noch nicht äh gehen wir mal in das Sandgebiet da mit rein ja schauen wir uns mal ein wenig um jetzt in der normalen Welt was wir hier noch so entdecken können und immer schön nach und immer schön nach Hexisch Babyboots war slain by Zombie ah ja also die meisten Grabstern hier da steht Babyboots drauf ist ja logisch na da hast du zum Beispiel auch noch ein Portal da oben sollen wir da reingehen? aber erstmal nicht ne ach was ich na gut na gut Obsidian kann man ja später wahrscheinlich noch abbauen hm gehen wir erstmal nicht komm mal rein Mann ich wollte doch rein da kommen wir doch bloß in die Hölle wahrscheinlich oder? keine Ahnung keine Ahnung gehen wir erstmal das Sandding angucken ja die in die Pyramide wollten wir ja letztes Mal schon waren wir nicht schon in der Pyramide drin? da war doch nichts weiter ne in der Pyramide waren wir noch nicht dran da hinten ist auch noch ein Sandturm da könnte man auch noch mal hin und ein weißes Schaf ein weißes Schaf? ne in die Pyramide sind wir ja nicht reingekommen ach so da wollte ich mich ja reinkloppen und du wolltest nicht und das werde ich jetzt machen reinkloppen bringt ja nichts da musst du schon einen Eingang finden weil am Ende machst du irgendeinen Mechanismus kaputt ja aber da ist kein Eingang ja dann wird sie bloß aus Deko da sein nein die ist nicht nur Deko die sind da oben ich geh lieber in richtige Portale rein was ist denn das hier? Nashorn ja aber ich will in das ich will da rein da sind wir schon außen rum gelatscht na guck mal es wird nur Deko sein ich geh da jetzt rein dann musst du deine Axt verschwenden oh ja mal viel Kaktus ich würde viel lieber mal hier dahinter gehen weil das hier ist ja auch ein Haus guck mal hier das ist alles nur Deko oder? hier geht es rein zum Beispiel was ist denn das? doch da geht es rein ach das ist wieder so eine Falle ich grabe mich jetzt rein da geht es runter ach da oben ist doch ein Eingang da brauchst du doch bloß hoch wo ist ein Eingang? hier direkt oben guck der viereckige oh ich hätte mich da jetzt hoch gegraben na reingraben würde ich nicht am Ende machst du irgendwelche Mechanismen kaputt du dich lieber da eine Treppe bauen und dann gehst du da regulär rein naja ist so ich will eine Treppe bauen und dann kann man rein jetzt will ich rein ich habe die Treppe gebaut geh weg oh Monster Spawner halt hey der hat dich schon fast kaputt gemacht da rennst du vor mich padau jetzt haben wir hier oh eine Kiste wow 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 die ist ja garstig das war eine Mimik ja manche Kisten sind ich glaube das ist auch eine Mimik ja das ist auch eine Mimik ah ja 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 das ist auch eine Buchbasse ja ah hier ist ein Geschenk ah hier ist was drin Kakaobohn für zaubertes Buch Wasserinfinität Schärfe Kakaobohn braucht man nicht daran erkennt man sie wahrscheinlich ganz gut weil wir hier gerade diese Geschenkpäckchen haben wahrscheinlich die Mimiks haben keine Geschenkpäckchen da erkennen wir schon die garstigen Truhen auch hier ging es ja rein hier geht es weiter ja ha 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 noch eine Mimik wow Zombie ich glaub die gern die Kisten ja die bringen erfahrungspunkte ja eben wenn es schon nichts gibt aber erfahrungspunkte hier ist eine Kiste auch wieder eine Mimik Schallplatte ja Schallplatten sind jetzt nicht so spektakulär aber ey der macht sich unsichtbar der Freak hier unsichtbar wow ja das ist ein Ninja das Gebäck hier ist wow 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 heieieiei hier waren gerade viele Monster wahrscheinlich was hab ich jetzt hier auch gesammelt ähm Diamantschwert Fokus 1 Rückstoß 1 wow nicht schlecht ja das war ja auch so ein verzaubertes Mistkriegending ja das ist schon mal ganz gut hier ist wieder ein Spawner die Kiste hattest du schon aufgemacht hier ist ein komisches Gürtel hier drauf Mensch geh ab jetzt das ist wieder eine Mimik die klatschen wir mal wieder schön weg die Mimiks können ja nix sie ist nix aber irgendwo hier ging es raus holst mich hier an das haben wir hier geht es auch nicht weiter da rechts glaube ich ja genau rechts oder links waren wir auch noch nicht hm das ist wie ein großes Labyrinth hier ja das ist lustig das hier eine Mimik oh zwei Mimiks drei Mimiks hier geht es noch nach oben oh ach das auch noch alles alles follow me miks hier wow das bist du Mumie das ist ja hier 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 Bis zum nächsten Mal.